Servus und hier bin ich wieder euer Erickn aka Master. Wir spielen heute ein 1 gegen 1 gegen den Alex AKRD Toxics oder wie der heißt. Ja, sehr Toxics, aber auch egal. Penis am Mund. Juck mich, wir spielen heute ein 1 gegen 1 mit dem Penis in der Hand, wie ich euch zeigen kann kurz. Hier, Penis da, Penis. Fängt es an? Ey, Junge, pick dich mit der Schwant, Junge. So, der Vagina-König, Alter. Wo ist er denn jetzt hin? Was los? Was los mit dir? Ich hab einen schlechten Trigger. Oh mein Gott, er hat mich gefunden. Hör dich. Wied, wenn ich mich gerade nicht bewege. Da habe ich es versucht, habe ich es geschafft. Mit Pisse. Das hat dich gerade so verraten, ne? Nachladen. Wie ich gerade nicht getroffen habe. Da war ich mit, ja. Ich bin best of three. Kannst du sagen? Boah, wie es gerade gelegt hat. Okay. Ich hatte einfach mal so einen richtigen Stand und danach bin ich wegen dir gestorben. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nicht in der Ecke, Cam. Ich bin gerade hingegraben, weil ich geflasht war, wie... Wow. 5 zu 2. Ich bin gerade so minimal. Du Vagina-Pirat, Alter. Du Vagina-Pirat, Alter. Wie viel Schuss hast du gegeben? Äh, 2. 1, 2. Haben wir weniger HP? Ja. Ich dachte schon, man stirbt irgendwie richtig schnell. Nicht so, mein Freund, ne? Ich kenn die Posi. Du hast doch uns so wenig HP gegeben. Oh mein Gott, Auto, Auto. Ja. Ich war schon hinterm LKW und bin dann erst gestorben. Du hast mir gerade so den Fläschröschfett reingedrückt. Aua. Wurde es nicht erst gestarnet. Da verkack ich, da verkack ich! 1 vor Kistrik. Okay. 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 Ich hab meins auch. Ich hab bissl gesprayt. Wie? Wie ich dich einfach nicht getroffen hab? Oh, bei mir lagts richtig. Kein Headglitch. Wow! Ich bin nicht dumm. Soll ich darauf noch antworten? Was? Soll ich darauf noch antworten, ob du dumm bist? Also bis... Yo, gib dir noch eine Flasche in die Fresse. Bei so einer dummen Stelle... Bei so einer Standardstelle, dass ich mich dort von dir erstmal killen lasse. WTF? ... Komm zu Papa! Aua! Nicht campen oben? Hä? Ah! Wo? Wo warst du? Im Haus, die ganze Zeit am Campen. Nein! Doch! Ich hab die Granate gesehen, aber dann dachte ich so, ich fang die nicht mehr auf. Du gehst lieber gleich auf. Haha! Nein! Nein! Wieso hab ich mich hingelegt? Pfff! Lol! das ist es nicht wirklich. Da sagt er ja sowieso. Sniper machen Ich bin... Hab ich noch gesagt was du aufs Tree oder... Hinten Das hast du überlegt? Weisst du wo ich stand? An der Mauer Die Granate war doch bei dir Ne, die ist hinter geflogen Die ist bis... Bei mir lag das in letzter Zeit Okay Man Siehst du ich habe aufgehört zu schießen Und danach bist du erst gestorben Du hast beharrt